Moritz, komm, es geht noch eine Minute. Jungs, eine Minute noch. Nein, nein. Geh mit vor, Paul, los, los. Ja, komm, wir drauf, fliegen, komm. Und, was ist jetzt? Five up! Und hin! Entschuldigung! Super Paul! Ja, auf, Oli! Shit! Ja, super! Soll ich... Soll ich... Soll ich... Ja, ja. Lachen! Hier oben bei der Turnierleitung sind noch einige Rennigsanzüge und einige Schlüssel. Da ist wieder ein Rennigsanzüge, so muss oder ein Schlüssel soll sich wieder vorkommen, von ihr laden können. Hääääh! Ja! Wir machen jetzt den Rennigsanzügel. Wir lassen eben Priorität zurück! Die Rennigsanzüge. Ch достаточно, aber auch auf den Standorten... Also in der Falle Hähääh! Das ist in der Falle Hähääh! Wenn ihr das gerade... luckily ist, der Rennigsanzüge ist. Hähääh! Aus diesem Rennigsanzüge von Bernden... Für uns! Auf 2.007 Minuten, das ist der Vögeling 11.1 TV 21 Bügenbach. Herzlichen Glückwunsch. Bitte sagen. Der Johannes 18.80 bedankt sich für die Einladung. Jawohl. Das muss eigentlich wieder auf den Zug. So, und der dritte Platz, DKSV Krubermoor. Herzlichen Glückwunsch.